Ja und damit herzlich willkommen zurück zu Sky Saga. Ja, was will uns dieser Bildschirm sagen? Alpha 9 ist da. Ein paar neue Rüstungen, ein paar neue Gebiete, neue Queste und ein Reset. Es ist alles weg, Kinders. Ja, was soll ich sagen? Herzlich willkommen zurück. Ja, also ich würde sagen, wir werden das Let's Play dann hier erstmal beenden, weil jetzt ehrlich gesagt nochmal komplett von vorne anfangen. Da habe ich keinen Bock drauf. The Adventure begins. Picker Sharpstone. Nehmt es mir nicht übel. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, weil ja auch in den vorigen Kommentaren und Newslettern stand, dass sie eigentlich nicht resetten wollen. Ich, ja, bin ein bisschen enttäuscht. Aber es hat ja doch Spaß gemacht. Gut, wir haben viel gesehen und letztendlich wäre es jetzt nur auf die mythischen Missionen auch angekommen und die Frage wäre gewesen, ob wir da mit randomen Spielern zusammenkommen oder ob wir da eine feste Gruppe für haben müssen, weil daran wäre es ja auch wieder gescheitert. Und Gruppenvoraussetzung war fünf bis sechs Spieler oder so und Explorer hat hier null Freunde. Aber ein Ende kann auch ein Anfang sein. Ich habe es ja in den letzten Folgen schon oft angesprochen. Mich täte Minecraft Live in der Woods sehr, sehr reizend. Ich habe jetzt mit Minecraft, wie auch so oft schon erwähnt, gar nichts am Hut gehabt bis jetzt. Ich kenne mich da also auch so gut wie gar nicht aus. Das Einzige, was ich kenne, ist hier und da, ich gucke mir beim Gronkh sehr gerne das Let's Play an. Ich habe da auch schon etliche, etliche Folgen geschaut und weiß aber natürlich dennoch nicht alles. Ah, hier, das soll ein neues Feature sein. Ihr könnt so einen Zauberstab craften und dann könnt ihr damit die Portale Türen aufmachen. Ja, also Live in der Woods wird auf jeden Fall kommen auf meinem Kanal. Heute ist der 27., wo ich das jetzt hier aufnehme. Ich werde jetzt am 8.27. Samstag, 28. Sonntag, 29. kommt ja auch World of Warcraft Legion. Da bin ich natürlich auch dabei, ganz klar. Ich werde dann jetzt im Laufe der Woche mir einen Minecraft-Server mieten mit Live in der Woods drauf. Und ich denke mal, dass gegen nächstes Wochenende dann so kurz nach dem ersten, die ersten Folgen hier auf meinem Kanal kommen. Ich freue mich schon riesig drauf. Und ja, wie gesagt, das war es dann jetzt erstmal hier von Sky Saga. Wie gesagt, das ist alles weg. Und das alles neu bauen, alles neu farmen und die ganzen Rezepte. Ne, 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 ne. Wir werden auf jeden Fall nochmal reinschauen in Sky Saga. Ich warte jetzt nochmal ein paar Alpha-Versionen ab. Was? Ja. Ich warte jetzt noch ein paar Alpha-Versionen ab. Und dann schauen wir mal, was sich dann in der Zwischenzeit alles gemacht hat. Also das, was jetzt gekommen ist, wird noch kein Let's Play füllen. Oder berechtigen, ein neues zu starten. Und deswegen würde ich sagen, Alpha-10, 11, schauen wir mal. Wir halten es auf jeden Fall im Auge. Und ja, das war es eigentlich dann auch schon von mir. Auf meinem Kanal weiterhin No Man's Sky. Ein bisschen Eigenwerbung muss jetzt sein, sorry. Raiders of Icarus, MMORPG. Auch zu empfehlen zu spielen, ist kostenlos, wenn du sowas gerne spielst. Auf jeden Fall holen. Und Life in the Woods wird dann kommen. Und World of Warcraft Legion wird kommen. Das sind dann vier Let's Plays. Und in Anbetracht der Lage, dass ich dann auch noch ein bisschen arbeiten gehe, in Vollzeit und so, verstehst, bin ich damit dann auch schon wieder voll ausgelastet. Für dieses Jahr ist ja eigentlich nichts Großartiges mehr im Kommen. Battlefield 1 bin ich noch am überlegen, ob ich es mir holen soll. Hab da mal in Battlefield 4 oder so reingeguckt. Oder, keine Ahnung, frag mich nicht. Ich hab damals irgendwie zehn Euro mal bezahlt und online hab dann drei Minuten gespielt und hab dann keine Lust mehr gehabt. Battlefield 1 kommt auf jeden Fall dieses Jahr noch. Wo ich auch auf jeden Fall noch reingucken werde, ist Star Citizen. Das habe ich schon auf dem Rechner. Da kann man allerdings ja im Moment, glaube ich, nicht allzu viel machen. Die Alpha 2.5 ist gestern rausgekommen, heute raus. Gestern, gestern, vorgestern. Ich, keine Ahnung. Also es ist jetzt möglich, den ersten Planeten anzufliegen und zu landen und zu betreten, was schon ein Riesenmeilenstein für das Spiel ist. Ja, da werden wir auf jeden Fall reingucken. Und ansonsten ist für dieses Jahr eigentlich nichts Großartiges. Ich hab zwar noch ein, zwei Spiele auf dem Rechner, die ich noch anteasern, anspielen möchte. Die werde ich dann mal dazwischenknallen, wenn ich mal Leerlauf hab oder nicht weiß, was ich let's playen soll. Ansonsten denke ich mal, werden wir mit World of Warcraft genug zu tun haben. Hoffe ich zumindest. Und ja, ich würde sagen, ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag. Schönen Abend, je nachdem, wann du die Folge hier siehst. Und ja, mach's gut. Tschüss und bye bye. Ciao, ciao. Tschüss.